Hallo Leute und willkommen zur Bewerbung zu einem 1 vs. 1 gegen den Legandorm. Ich spiele ein paar Runden 1 vs. 1 mit meinem Kit, ne Scheinwirt und ne Angel und laber ein bisschen über das Thema gegen Enyrd. So, ich will gegen Enyrd spielen, weil ich finde er ist einfach ein cooler Typ und ich ihn ziemlich mag. Und deshalb, ja. Und ich schätze mich ziemlich, also ich schätze mich nicht so schlecht ein, aber auch nicht halt der Beste. Also ich schätze mich ungefähr so gut ein wie Enyrd oder Mr. Morgan. Ein bisschen schlechter vielleicht, aber ja gut, was soll er machen. Und Minecraft, glaube ich spiele ich seit circa, ja, PvP seit einem Jahr, aber generell Minecraft spiele ich seit 2 Jahren, denke ich mal. Es kommt so ungefähr hin. Und, ja, so ungefähr kommt es hin. Oh, da gibt mir. What the fuck. Okay, dann haben wir nicht mehr. Aber egal, man kann ja auch mal verlieren in der Aufnahme. So. Und was ich, wenn ich, wenn ich gewinne, ja dann, dann würde ich sagen, easy get wrecked, any art, L2P. Nein, top has, aber. Ja, dann würde ich mich ziemlich freuen, wenn ich gewinnen würde. Denn gegen Enyrd zu gewinnen ist nicht so einfach, weil er hat ja eine 8er KD auf 5, glaube ich, oder so. Oder Bester sogar, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich schaue nicht jeden Tag da rein. Aber, puh, puh. Es wäre schon ziemlich nice mit ihm, wenn ich gegen ihn 1 bis 1 machen könnte. Und, ich glaube auch, ich glaube, das war es jetzt auch. Und, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich kann natürlich nicht reden und, ja, tschüss. Vielleicht ziehen wir uns ja beim 1 bis 1 und dann, tschau. Tschüss. Ich fühle Boulepodcast wird, ja.